So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum großen ultimativen Fußballquiz in der schönen Weihnachtswoche. Wir haben uns da ganz was Feines ausgedacht und ich habe drei fantastische Gäste am Start. Ihr könnt sie jetzt auch hier unten schon sehen. Ich fange mal unten links an, da sehen wir keinen geringen als die Bundesliga-Ikone himself. Nils Brumhoff. Hallo Nils. Einen wunderschönen guten Tag. Für den Moment habe ich gedacht, Bundesliga-Ikone himself, das wird wahrscheinlich dann Robby sein, den du dir anspielst. Aber nein, du meinst doch mich. Herzlich willkommen bei deinem Quiz. Ja, hallo Nils. Schön, dass du mitmachst. Dann direkt in der Mitte der Mann, der, ja, ich würde sagen, die falsche Raute erfunden hat, der die Doppelsechs in Deutschland nach vorne gebracht hat. Die falsche Neun. Gibt es eine falsche? Habe ich gerade falsche Raute gesagt? Seht ihr, deshalb stelle ich die Fragen und ihr müsst antworten. Tobias Escher, meine Damen und Herren. Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung und eine Willkommen zurück. Und dann freue ich mich sehr, dass er da ist und dass es geklappt hat so spontan. Er ist der Mann, ihr habt ihn wahrscheinlich schon bei unzähligen Veranstaltungen gehört, als Kommentator oder auch gesehen. Er treibt sich überall dort rum, wo die Massen aufeinandertreffen, möchte ich fast sagen. Ob das beim Fußball ist oder auch bei abgefahrenen, ja, Twitch-Events. Man kennt ihn, er ist ein wandelndes Fußball-Lexikon. Robby Hunk ist da. Hallo. Hallo, hallo. Etienne, große Ehre, aber vor allem, bitte, möchte ich nochmal Shoutouten. Was für eine große Ehre hier mit Tobi Escher. Auch wenn man es meinen Kommentaren nicht anhört. Alles, was dieser Mann geschrieben hat über Taktik, habe ich verschlungen. Große Ehre. Wir alle, wir alle. Er bringt allerdings ja auch alle zwei Monate ein Buch raus. Es ist auch ein bisschen anstrengend geworden. Wenn ich nicht so blass wäre, würde ich jetzt rot werden. Ja, aber dafür sorgt schon die Tapete hinter dir ein bisschen für den Turn. Ja, ihr fragt euch sicherlich, was hat es eigentlich mit diesem Quiz auf sich? Es ist ein bisschen, wenn ihr das Nerd-Quiz kennt von Rocket Beans, dann wisst ihr eigentlich auch schon fast alles. Aber es gibt noch ein paar Unterschiede. Ihr seht hier diese Tafel wie bei Jeopardy. Hinter diesen Kategorien verstecken sich natürlich gewisse, ja, Kategorien. Ich kläre euch gleich auf, was sich genau dahinter verbirgt. Im Gegensatz zum Nerd-Quiz wird nicht verdoppelt und es werden alle Fragen gestellt. Ja, also ihr müsst jetzt nicht, im Prinzip muss man jetzt nicht taktisch überlegen, nehme ich jetzt die oder die, weil am Ende werden sowieso alle Fragen gestellt. Es ist aber insofern taktisch wichtig, denn wenn man eine Frage falsch beantwortet, bekommt man Minuspunkte. Also wenn ihr die 600-Frage, wenn ihr basst und sie falsch beantwortet, dann bekommt ihr Minuspunkte und die anderen beiden können dann noch buzzen und eventuell die Punkte holen. Also da muss man schon dann ein bisschen aufpassen. Es wird aber auch nicht verdoppelt, so wie bei Nerd-Quiz ist es ja, glaube ich, so nach der Hälfte der Fragen werden die Punktzahlen verdoppelt. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt allerdings auch sogenannte Schätzfragen. Da müssen alle dran teilnehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel Robby irgendeine Schätzfrage macht, zum Beispiel die Kategorie Schätzchen ganz am Ende, dabei handelt es sich ausschließlich um Schätzfragen. Es kann aber auch in anderen Bereichen noch zu Schätzfragen kommen. Wenn dann zum Beispiel gefragt wird, wie viel Grasheimer hat die Allianz Arena, dann müsst ihr einen Tipp abgeben und der, der am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. In dem Fall bekommen die anderen beiden dann aber keine Minuspunkte. Ja, das nochmal ganz, ganz wichtig. Also ihr könnt buzzern. Wer zuerst buzzert, hat natürlich dann das Recht zu antworten. Und das sind eigentlich auch schon die Regeln. Habt ihr zu den Regeln erstmal noch Fragen? Also ich wähle eine Kategorie aus und dann kriegen alle die Frage gestellt, richtig? Genau. Und dann, wer zuerst buzzert, darf antworten. Du warst doch schon mal beim Nerdquiz. Wir waren doch schon mal beim Team, du und ich, weißt du noch? Das macht man doch für die Zuschauer, dass man sich Fragen stellt. Achso, das mache ich ja auch, wenn man mich extra dumm stellen bei Donetsliga. Nur für die Zuschauer. Sagst du uns noch was zu den Kategorien, was da so hintersteckt? Genau. Wer bin ich? Da bekommt ihr Stichworte. Und ihr bekommt, ich glaube, eins, zwei, drei, vier, fünf Stichworte pro Person und müsst erraten, wer diese Person im Prinzip ist. Das ist eine Person aus der Fußballwelt. Und ja, kennt ihr auch alle. Also ich habe ja mit bei den Fragen gewirkt. Das heißt, dadurch, dass ich alle Fragen auch nochmal überguckt habe, könnt ihr sicher sein, dass ihr alle Fragen beantworten könnt. Also im Normalfall würde ich sagen. Es gibt vielleicht zwei, drei kniffligere Fragen, aber es gibt auch, um die Frage, weil ich weiß, Nils fragt das eh gleich. Es gibt, glaube ich, nur, wenn überhaupt, nur eine einzige Eintrachtfrage. Es ist kein Eintracht-Quiz. Okay? Es ist ganz fair. Und keine, keine, wie bitte? Uwe Bein? Nein. Wenn du jetzt noch die Kategorie dazu treffen würdest. Ja gut, dann Zitate ist ähnlich. Wir wollen wissen, wer hat es gesagt? Ja? Fanbrille International. Fanbrille International. Was ist das eigentlich für eine Trillerpfeife? Ist das der Buzzer von Nils? Das ist der Buzzer, ja. Ich buzzer, bevor ich antworte, ist doch klar. Aber man sieht es gar nicht. Sollte da nicht der Rahmen auch irgendwie leuchten oder so? Nee, der Schriftzug wird schwarz. Ey, wieso habe ich denn minus tausend? Wieso hat Nils eigentlich schon minus tausend? Uwe Bein war doch richtig. Nikola? Ja, ja. Okay. Ich habe schon regiert entschieden. Ähm, ja, also Fanbrille International ist interessant. Da geht es um internationale Spitznamen von Vereinen. Das ist schön. Oh Gott, okay. Boah. Transfermarkt ist alles, was eben den Transfermarkt betrifft. Das können Transfersummen sein oder Wechsel von Spieler A zu Verein Y. Alles, was eben den Transfermarkt betrifft. Und Augen auf ist auch eine sehr schöne Kategorie. Da bekommt ihr ein Bild. Sind, glaube ich, nur, sind es Bilder oder Videos jetzt geworden? Bilder, ne? Ich glaube, es sind nur Bilder. Es sind Videos. Wir machen gleich mal einen Test davon. Okay, es sind nur Videos. Können wir das testen, ohne schon eine Frage herzuschenken? Ja, wir haben tatsächlich Testfragen gemacht. Oh. Okay, dann können wir das gerne mal machen, denn die sind verpixelt. Und ihr müsst buzzern, sobald ihr wisst, um wen oder was es sich dort handelt. Was ist hier zu sehen? Hier mal ein kleiner Test. Okay. Sehr schwierig. Was das mal ist? Das ist einfach ein Frankfurt-Logo. Aber man sieht überhaupt nicht ... Okay, ich lasse es mal ablaufen. Nicola, wer buzzert, also der Name der Schwarz wird buzzert, oder was? Genau. Kann man das nicht spektakulärer noch inszenieren, dass jemand da buzzert? Wir hatten es vorher in Rot und das war aber nicht so gut erkennbar, auch Blau. Deswegen haben wir uns auf Schwarz geeinigt am Ende. Kann man nicht den ganzen Rahmen umdingen? Ja, das ist aktuell leider nicht mehr möglich. Nicht mehr möglich, gut. Und alle haben die gleiche Tröte auch? Alle haben diese Triller-Frei? Jeder hat die zwei Tröte, ja. Okay. Vielleicht man nimmt ja eigene Tröten auf. Oh Gott, es nervt mich jetzt schon so hart. Darf ich euch was Intimes in die Runde fragen? Ja, gerne. Darf ich mal einen Test-Buzzer machen? Buzzert man mit der linken Maustaste? Genau, oben auf diesen roten Buzzer-Knopf drücken. Mit links zum Beispiel? Ja. Perfekt. Ach, das habt ihr gehört. Ach, sehr gut. Alles klar. Du bist auch schon unten, dein Name wurde kurz schwarz, dadurch weißt du, okay, du bist quasi der dran, der antworten darf. Das ist schön subtil. Also, das ist die Frage, die Kategorie Augen auf. Können wir wieder zurück zum Auswahlfeld gehen? Ich glaube, das ist relativ klar, wie es hier funktioniert. Wer hier natürlich zuerst basst. Wenn man gebasst hat und es falsch gesagt hat, dann wird es weiter entpixelt für die anderen zwei Kandidaten. Also, das nur noch mal. Genau, die Frage war vor allem, hat es jetzt gerade eben funktioniert mit der, dass es entpixelt wird langsam? Ich starte jetzt mal. Ja, hat funktioniert. Stark. Ja, es geht relativ schnell. Ja, jetzt ist es in dem Beispiel, ja, relativ offensichtlich. Okay, aber es hat funktioniert. Das ist schon mal, was ich auf jeden Fall schon mal klären wollte vorher. Vielen Dank. Okay. Und ja, genau. Schätzchen habe ich ja schon gesagt. Dabei handelt es sich um Schätzfragen. Das kann alles Mögliche sein im Bereich des Fußballs. Und da seid ihr dann auch beim Schätzen. Das heißt, Kategorie 6 seid ihr immer alle drei dran. Soweit die Regeln und die Kategorien. Gibt es noch Fragen? Nein? Gut. Dann möchte ich an der Stelle natürlich noch dem Sponsor danken. Pepsi Max. Ab Januar übrigens nicht mehr Pepsi Max, sondern Pepsi Zero Zucker. Kann man sich schon mal merken. Vielen Dank, dass ihr das hier möglich gemacht habt. Und jetzt legen wir los. Und haben wir in einem Zufallsgenerator, wer anfängt? Oder wie machen wir es? Der Älteste fängt an, der Jüngste fängt an. Der Älteste fängt an? Ich glaube, das ist der Älteste oder der Jüngste? Ja, das musst du entscheiden. Das ist dein Quiz. Normalerweise bei Brettspielen ist immer der Jüngste der Anfänger, weil der ist sonst traurig. Nee, der Mittlere. Aber du bist der Älteste, Nils. Ja, deswegen musst du der Älteste sein. Wirklich, Nils? Hast du dich aber fantastisch gehalten. Bist du für einen Jahrgang? 1980. Oh, tatsächlich älter als ich. Heilige. Und Tobi ist hier der Knabe und darf deshalb anfangen. Ähm, was bist du für einen? Du bist, nee, doch, du bist, glaube ich, mit Abstand. Ich höre dich, wir hören dich nicht mehr, Tobi. Tobi ist Abstand der Älteste. Tobi, du bist noch mal entmuten im Discord. Die bist du im Discord gemütet, nicht am Mikrofon. So, jetzt. Jetzt hören wir dich. Ja, 88er Jahrgang und ich nehme Schätzchen 100. Schätzchen 100. Erstmal, was einfach ist. Da kann sich erst mal keiner blamieren. Das ist einfach zu schätzen. Genau, auch zum Reinkommen richtig gut. Ach so, und dann müssen wir jetzt da oben ins weiße Feld die Antwort tippen, oder wie ist das gedacht? Genau. Okay, das ist eine sehr abgefahrene Frage. Wie viele Fußballfelder passen in Deutschland? Oh mein Gott. Wie viele Fußballfelder passen in Deutschland? Ihr müsst ja schätzen, ne? Überlegt euch mal, wie groß ist vielleicht Deutschland flächenmäßig? Oder in der Quadratmeteranzahl jetzt? Ne, die Anzahl der Fußballfelder wollen wir wissen. Boah, ist das eine harte, miese Frage. Ist gut für 100, ne? Wir schreiben zuerst und buzzern dann, oder buzzern wir erst und schreiben dann? Ne, ihr müsst gar nicht buzzern jetzt. In dem Fall einfach nur eure Schätzung abgeben. Ich habe sowas von überhaupt keine Ahnung. Ich gebe jetzt auch irgendeinen Tipp ab. Müssen wir einfach einloggen dann, ne? Ja, ihr schreibt einfach, ihr müsst nichts zu drücken. Wie viele Fußballfelder passen in Deutschland? Kannst du 5 nehmen, kannst du 5.000, kannst du 5 Millionen nehmen? Ich habe schon reingeschrieben, war das korrekt? Ich bin sowas von, ich habe gar keine Ahnung. Ich kann dir mal sagen, was ich habe, ich habe 100.000 und ein Fußballfeld. Nur? Das ist wenig, ich habe keine Ahnung. Ne, ne, wir gucken mal, was ihr eingegeben habt. Also ich habe 3 Millionen eingegeben. Und wir schauen mal, wer am nächsten dran ist. Sehen wir jetzt, was... Ne, das müssen wir leider vorlesen, sind mir leid. Das ist, genau. Ja, aber woher wissen wir dann, ob das stimmt? Ich sehe es ja, was wir eingetippt haben, aber du siehst es gerade nicht. Aber ich mache es dir mal auf deinem PC, dann kannst du es auch lesen. Was da für ein Blödsinn eingetippt wurde. Könnt ihr nochmal kurz was zum Zinschreiben, damit es aktualisiert. Einmal 100.000, einmal 3 Millionen. Das ist schon mal ein guter Spread. Könnt ihr überall mal ein Leerzeichen eingeben, hinter dem Tipp, den ihr gerade geschrieben habt. Genau, ja. Okay, also ich sehe, Robby hat eingegeben 3 Millionen, Tobi hat 100.001, für den Fall, dass es, ja ich verstehe, dass die anderen, also irgendjemand nur 100.000 eingegeben hat, ne? Das ist dann alles, was drüber ist. Und Neitz hat eingegeben 185.231. Also ein Fußballfeld hat, ich habe es ehrlich gesagt nicht überprüft, aber es steht hier so 7.140 Quadratmeter. Das erscheint mir aber sehr viel. Und Deutschland hat eine Fläche von 357.000 Quadratmetern. Nee, Quatsch, 7.140 Quadratmeter. Und Deutschland hat 357.580 Quadratkilometer. Das bedeutet, durch 0,00714, also es sind 50 Millionen. Und damit hat Robby den ersten Punkt. Aber ein ganz blinder Punkt, muss man sagen. Das ist ja einfach mega dumm. Du warst nur 47 Millionen entfernt, also näher kann man nicht dran sein, finde ich. Okay, gut. Das heißt, 100 Punkte für Robby. Und Robby ist auch, wir machen immer so rum, also hier geht nach rechts, also Robby kriegt das Fragericht. Und dann nehme ich doch Augen auf 100. Augen auf 100. Gut, das bedeutet, ihr müsst euch jetzt angucken, was hier entpixelt wird. Und buzzern, korrekt. Und buzzern, sobald ihr es erkennt. Es geht los. Wer oder was ist das? Noch eine Frage vorher. Komischerweise wird der Buzzer die ganze Zeit bei Robby eingeloggt. Aber du drückst nichts, oder? Nein, man fragt nicht. Okay. Gucken wir mal, ob das für Probleme sorgt. Sollen wir es noch einmal testen alle? Ja, genau. Nils, buzzer du bitte mal. Okay. Tobi, du. Und Robby. Okay. Dann ist es anscheinend nur ein Anzeigefehler. Sieht gut aus. Ja. Dann aufgepasst. Wer oder was ist das? Hast du schon gebuzzert, Robby? Nein. Jetzt geht's los. Nils. Das ist das Maskottchen von Hertha BSC. Weißt du auch, wie es heißt? Ja, das ist halt ein Bär. Aber ich wusste nicht, dass ich den Namen, der Name, warte, der heißt. Wie heißt der denn nochmal? Bernie oder sowas. Er heißt Hertinio, aber lass ich gelten. Es ist Hertinio. Das Maskottchen von Hertha BSC. Auch ein toller Name. Hertinio. 100 Punkte für Nils. Das weiß ja keiner, oder? Dass der Hertinio heißt. Ja, außer Hertha-Fans wahrscheinlich. Und damit geht das fragerecht zu Nils. Ach, dann machen wir die Reihe da einfach weiter. Transfermarkt 100. Transfermarkt 100. Ah, das ist auch schon wieder eine Schätzfrage. Wie hoch ist der aktuelle Marktwert des VfL Bochum? Wir haben hier als Quelle Transfermarkt.de herangezogen. Wie hoch ist der aktuelle Marktwert des gesamten Teams vom VfL Bochum? Das ist ja so und überhaupt nicht mein Thema. Alles, was mit Transfermarkt zu tun hat, gebe ich offen zu. Ja, man kann es aber vielleicht sich... Raten. Ja, oder zumindest in die Nähe raten. Haben die irgendeinen Spieler, der super wertvoll ist? Nee, oder? Nur mal als Tipp. Der FC Bayern München wird gelistet mit 920,7 Millionen. Auf Platz zwei ist dann Borussia Dortmund mit 509 Millionen. Also fast die Hälfte vom FC Bayern-Wert. Nee, ich bleib jetzt bei meinem Tipp. So. Alle eingegeben? Mhm. Okay, Nils, kannst du mal Punkte irgendwie... Okay, ich versuch's zu lesen. Okay, nee, ich glaub, ich check's. Ach so, ich könnte gerne Punkte machen, wenn du möchtest. Das ist leichter zu lesen. Okay. Okay, also, sehr dicht beieinander. Ähm, Robby sagt 22 Millionen. Tobi sagt 32,5 Millionen. Und Nils sagt 24,875232 Millionen. Die richtige Antwort ist 44,65 Millionen. Und damit geht der Punkt an Tobi. Doch mehr als man denkt. Ich war auch, als du dann bei Bayern 900 Millionen gesagt hast, da war ich kurz daran, doch noch ein bisschen hoch zu machen. Ja. Haben so ein paar Spieler, die gar nicht mal so wenig wert sind. So ein Gerrit Holtmann 4,5 Millionen zum Beispiel. Kevin Stöger 2,5 Millionen. Viele so im Bereich 2 bis 4 Millionen sind die Spieler. Das Lustigste ist jetzt, in meinem neuen Buch steht tatsächlich, glaube ich, drin, dass die Bayern den 20-fachen Marktwert von Bochum haben. Also eine Bibel. Hätte ich einfach mal mich selbst lesen müssen. Wie heißt das Buch? Lügen und mehr von Tobi. Sag ich nicht. Lügen und gefälschte Statistiken. Was Teams erfolgreich macht. Aber ich wollte jetzt keine Werbung betreiben. Das ist nur, ich habe es schon wieder vergessen. Ich hätte es ja eigentlich ausrechnen können. Weil, naja, 42 mal 8 mal 20 kommt schon hin mit 900 Millionen. Ja, nicht schlecht. Doch, ist der Vorbild in Bochum wahrscheinlich Letzter in der Bundesliga, nur nach der Tabelle, oder? Nee, Schalke. Achso, Letzter vom Marktwert her? Vom Marktwert, ja. Ja, genau. Bochum ist letzter Platz und dann kommt Schalke mit 54 Millionen. Hätte man auch nicht gedacht, ne? Schalke war ja eh, also noch gar nicht so lange her. Da waren die die zweite große, dritte große Macht in Deutschland. So schnell kann es gehen. Okay, dann hat Tobi die Punkte und das Fragerecht. Wer bin ich? 100. Wer bin ich? Ihr lasst es echt langsam angehen. Damit war nicht zu rechnen. Wer bin ich? 100. Ihr bekommt mehrere Begriffe. Und sobald ihr wisst, um wen es sich handelt, bitte buzzern. Meine Mutter kommentierte als erste Frau im deutschen Fernsehen ein Fußballspiel. Das weiß Tobi. Ist das nicht Mats Hummels? Das ist vollkommen richtig. Das ist Mats Hummels. Krass. Schon gewusst. Oder Holter auf ihr Name. Hätte ich, ich hätte es nicht gewusst. Wollt ihr die anderen Tipps noch hören? Zu Mats Hummels? Ich war auf dem deutschen Cover von FIFA 12. Echt? Ich bin Innenverteidiger. Ich spielte mein ganzes Leben lang bei insgesamt nur zwei deutschen Vereinen. Ich trennte mich 2022 von meiner Frau, die eine bekannte deutsche Influencerin ist. Hätten einige sein können wahrscheinlich. Na gut. Aber sehr gut, schon mit der ersten Frage. Meine Mutter. Aber wie hieß denn die Mutter? Ulla Holthoff. Ulla Holthoff. Bayerischer Rundfunk jetzt. War ganz lange bei Sport 1, oder? Genau. ZDF auch ganz früher mal. Das ist eine Ikone im deutschen Sportjournalismus. Und Tobi rennt hier davon mit 200 Punkten und hat das Fragerecht. Bitte nächste Frage. Zitate 100. Zitate 100. Bingo. Ulla Holthoff. Kommt jetzt. Zitate 100. Das Zitat lautet, die Karten sind neu gewürfelt. Hast du gebuzzert? Oder warum hältst du die Hand hoch? Nee, ich halte die Hand hoch, weil ich keine Ahnung habe. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Also, ich rate, wenn du fertig bist. Ja, ich glaube, das will keiner. Die Karten sind neu gewürfelt. Ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht gewürfelt. Ganz schön schwer für 100. Also, es ist wahrscheinlich dann nicht Thorsten Legert oder Uli Borowka, wenn das so, dann sagst du, jetzt ist es nicht gut. Aber gleiche Liga ungefähr. Uwe Bein. Schwein. Also, wenn es keiner weiß, dann sage ich mal 5, 4, 3, 2, 1. Es war Oliver Kahn. Nein. Die Karten sind neu gewürfelt. Keine Punkte für niemanden. Tobi hat ausgewählt. Dann geht das fragerecht. Was habe ich gesagt? Nee, eigentlich müsste es jetzt Nils kriegen, oder? Was ist? Nach rechts hast du gesagt. Du wolltest immer rechts. Wie wäre denn? Ich überlege, was wäre denn? Also, Uhrzeigersinn ist ja, dann wäre Robby jetzt dran. Dann ist Robby jetzt dran. Augen auf hat es mir angetan. Dann nehme ich doch Augen auf 200. Augen auf 200. Ihr kennt es jetzt schon. Also, ein Bild von etwas oder jemandem. Und wir schauen mal, um was es sich dabei handelt. Sobald ihr es wisst, dürft ihr passen. Wer oder was ist das? Ich versuch's einfach mal. Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein Fußballschalte, das ist Allianz Arena. Es hat so dieses Schlauchboot-mäßige. Andererseits, das Feld ist zu deutsch zu sehen. Ich mach einfach mal Allianz Arena. Es ist nicht die Allianz Arena. Ah! Keine ganzen schönen Punkte verspielt. Es ist nicht die Allianz Arena. Und es wird weiter entpixelt. Ja. Oder auch nicht. Robby erkennt's. Welches Stadion ist das? Ich hatte eine Eingebung, die falsch war. Und noch eine Eingebung, die falsch war. Ist es die MSV Arena in Duisburg? Das ist ... An der Wedau? Leider falsch. Ich glaub, das ist schon entpixelt jetzt komplett, oder? Ich weiß nicht, ob man's noch schärfer machen kann. Aber Nils könnte theoretisch noch mal fragen. Also, mein erster Impuls war, anhand dieser Aufbauten, und die sind nämlich bei Real Madrid auch so, also, dass sie quasi diese Aufgänger, dachte ich erst, okay, das sind diese Treppen, aber das sind die gar nicht. Das ist, glaub ich, das Weserstadion in Bremen. Und ich hab's erkannt an zwei Sachen. Erstmal, dass da Werder Bremen steht, okay. Jetzt haben wir's alle erkannt, glaub ich. Nein, aber an den Solaranlagen auf dem Dach. Also, du sagst Weserstadion, ja? Ja. Das ist natürlich richtig, da sieht man ja die Weser. Ja, aber nicht den Bogen, den die Weser macht. Naja, das stimmt natürlich. 200 Punkte gehen aufs Konto von Nils und damit auch das Fragerecht. Sehr schön, Nils. Wie lustig, dass es am Ende dann immer steht. Da muss man ja nur warten. Dann nehm ich hier mal die Fanbrille International, die will auch mal rankommen. Fanbrille International macht euch bereit zu buzzen. Welcher Verein steckt hinter diesem Spitznamen? Spitznamen. Die Gunners. Was? Robby. Der ruhmreiche Arsenal Football Club. Das ist genau richtig, Arsenal London sind die Gunners. Easy, 100 Punkte und damit bist du wieder raus aus den Miesen. Können wir die Buzzer nochmal testen? Wollt ihr nochmal testen? Das ist tatsächlich ein Anzeigefehler, dass Robby die ganze Zeit schwarz ist, aber die Buzzer zählt trotzdem für sich. Also es ist nur ein Darstellungsfehler. Ja, aber wir haben ja alle gleichzeitig gedrückt. Ach so, ja gut. Mein Gefühl war, ich hatte vorgedrückt quasi vorher. Ich kann es leider, ich sehe genauso viel wie ihr. Nikola ist der Ansprechpartner für die Buzzer. Ich weiß es nicht. Nikola? Ich bin dabei, aber die Buzzer funktionieren technisch einwandfrei. Nils kann natürlich gerne mal buzzen. Das ist ja gut. Wir dürfen nur nicht, wenn das jetzt so eng ist, quasi, es darf nur nicht so sein, wenn Robby drückt, dass es automatisch auf quasi das alles überschreibt. Das wäre natürlich katastrophal bei Fragen, wo wir alle gleichzeitig drücken. Das ist, wie gesagt, nur ein Darstellungsfehler. Auch wenn Robby schwarz ist. Wir können es gleich mal testen, weil wir haben es rausgefunden, woran es liegt. Okay, alles gut. Jetzt Robby schwarz ist. Nils buzzert bitte mal. Ja. Du bist trotzdem erkannt als, du hast gebuzzert. Es wäre am besten natürlich, wenn alle drei Kandidaten unterschiedliche Töne hätten, wenn ich das mal so. Das wäre natürlich gut. Wenn du jetzt ganz schnell noch zwei Sounds auftreiben kannst, können wir das gerne einbauen. Komm, ey, wir machen jetzt weiter. Das passt schon. Robby, der waren, glaube ich, wahrscheinlich alle... Er sucht schon wieder die Ausreden. Er sucht schon wieder die Ausreden. Nee, ich will nur, mir ist das wichtig bei sowas, wenn ich an so Competitions tue, das ist ja auch richtig. Ich finde den Einwand vollkommen in Ordnung. Man muss das Gefühl haben, dass das gerecht ist, sonst bleibt immer diese Frage im Raum, ist das alles mit rechten Dingen zugegangen. Aber in dem Fall stimmt es tatsächlich. Robby hat zuerst gedrückt und hat mit den Gunners auch die Punkte bekommen und ist aus den Miesen erstmal raus und darf weiter raten. Weil es so schön war, Fanbrille International 200. Fanbrille für 200. Welcher Verein verbirgt sich hinter diesem Spitznamen? Die Nerazzurri. Scheiße. Der FC Internationale aus Mailand. Inter Mailand ist richtig. Habe ich es richtig ausgesprochen? Wie spricht man das aus? Nerazzurri? Eher mit einem weichen Z, ne? Oder Nerazzurri? Nerazzurri? Ich würde was sagen, Nerazzurri, oder? Nerazzurri, sagt man in Köln. Den Nerazzurri, das ist ja nicht. Ja, Inter Mailand ist komplett richtig. 200 Punkte. Und das Fragerecht bleibt bei Robby. Komm, dann gehen wir doch auf die Fanbrille International 300. 200, Freunde. Ja, endlich traust du dich mal. Sehr gut, sehr gut. Deine liebste Kategorie da. Welcher Verein? Die Magpies. Bitte erst einblenden, wenn ich es ausgesprochen habe. Ja, sorry. Ich sehe, ich bin schwarz, korrekt? Ja. Newcastle United. Newcastle United ist richtig. Endlich ein sinnloses Schluss. Ich glaube, du hast die Kategorie gefunden für dich. Hättet ihr es auch gewusst? Nils, Tobi? Nach ein bisschen überlegen, ja. Ja, aber ich habe, also Robby ist einfach unfassbar schnell. Da siehst du einfach, aber auch, dass er nicht so alt ist wie ich. Das ist halt, das Alter macht sich halt bemerkbar. Die Reflexe wieder. Nikola, bitte erst, wenn ich die Frage komplett zu Ende gelesen habe, einblenden. Okay? Ja. Robby, jetzt in Führung mit 500 Punkten und das Fragerecht bleibt bei dir. Jetzt muss ich dort die Fanbrille International 400 geben. Das ist deine Kategorie. Okay, welcher Verein verbirgt sich hinter diesem Spitznamen? Die Colchoneros. Hör auf jetzt, du Schweinemann. Ich drücke doch die ganze Zeit. Gibt es doch nicht. Ah, Robby. Ah! Atletico? Atleti ist richtig. Atletico Madrid, ich hätte das überhaupt nicht gehört. Ich habe es noch nie gehört. Colchoneros. Die Matarzenmacher heißt das oder sowas. Irgendwie so. Ja, 400 Punkte für Robby, der die Führung hier mit dieser Kategorie weiter ausmacht. Und es sind noch zwei Fragen in dieser Kategorie. Und dann ziehen wir das jetzt auch durch bis 500. Sehr gut. Also Fanbrille International 500. Da bin ich mal gespannt, wer das weiß. Welcher Verein verbirgt sich hinter diesem Spitznamen? Die Superhoops. Halem Globetrotters. Die Superhoops. Entweder irgendwas aus Afrika oder irgendwas aus Amerika. Wird das auch so ausgesprochen? Nicht Superhoops oder sowas? Nee, das heißt, es wird schon Hubs ausgesprochen. Superhoops. Superhoops. Hubs. Oder vielleicht hier Grashopper Zürich oder sowas. Die Superhoops. Superhoops, ja. Tja, selbst, also wenn es Robby schon nicht weiß, dann... Nee, dann traue ich mich auch nicht. Also auf jeden Fall nicht aus der Premier League. Ich wühle in meinem Gehirn. Glaub, ich hätte einen. Soll ich das Risiko gehen? Denk dran, wenn du falsch beantwortest, wird es abgezogen. Aber es... Ich würde es schon gut finden, wenn es falsch beantwortet ist. Queen's Park Rangers, die Superhoops. Hast du jetzt gedrückt? Ich habe das jetzt nicht ganz... Oh. Also QPR würde ich sagen. Jetzt hätte noch einer von den anderen beiden hier schnell passen können. Das wäre aber super perfide, wenn du jetzt bewusst eine falsche Antwort gibst und so tust, als wenn du vergisst zu drücken. Dann kommt natürlich Tobi, der sowas sofort riecht. Und stoppt die Antwort ab. Und dann wäre sie falsch. Nee. Ich bin gespannt, ob es richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nie gehört. Die Superhoops sind die Queen's Park Rangers. Oh. Verdammt. Hammer. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das ist nicht schlecht. Das ist krass. Die spielen wahrscheinlich Zweiter, ne? Oder Dritter sogar mittlerweile. Ich dachte, ehrlich gesagt, die sind auch in der Premier League. Mein 90er England-Hirn hat zugeschlagen. Kommen jetzt die Letzten. Hammer. Absolut Respekt. Das ist deine Kategorie. Du hast uns da jetzt hier weghauen. Damit sind übrigens Reifen gemeint. Die Superreifen. Und diese quergestreiften Trikots sollen quasi Reifenspuren sein. So hat das alles. Hätte ich wissen müssen. Ich bin ja auch superreif hier in der Runde. Okay, also 500 Punkte auf das Konto von Robby, der jetzt hier schon 1400 Punkte gescheffelt hat. Achso, ich wollte schon die 600er machen. Ja, machen wir die doch. Nicola hat sie auch schon eingeloggt, aber da hast du noch gar nichts gesagt. Achso. Okay, machen wir die 600er? Ich gehe davon aus. Okay. Fanbrille International 600. Welcher Verein verbirgt sich hinter diesem Spitznamen? Die Kaskoppen. Auch übersetzt als Cheeseheads. Ja, 600 ist halt zu viel, wenn man es falsch macht, um das zu raten. Ich weiß es auch nicht. Ist das nicht auch so? Es gibt doch oft, wenn die Niederlande Länderspiele hat, dann sind da ja auch oftmals so Fans mit diesem Käse, wie bei den Green Bay Packers oder so mit diesen Käsehüten. Deswegen denke ich manchmal so, okay, also in der Nationalmannschaft kann es nicht sein, das ist ja die Elftal, aber vielleicht ist es dann doch ein größerer Verein, wie Aindhilfen oder irgendein, weil wenn das so ein richtig kleiner Verein wäre, dann würde das vielleicht nicht auch bei Länderspielen auch zu sehen sein. Aber ich weiß es auch nicht. Also ihr kennt den Verein natürlich alle, so viel kann ich sagen. Ich kann auch einen Tipp geben, es ist ein Verein aus der Eredivisie. Nein. Sag bloß. Ja, was willst du noch hören? Nee. Also, keiner sagt, keiner weiß es. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Und es ist der RZ Alkma. Ja. Die Kaskoppen, die Käsköpfe. Also, ihr habt euch wahrscheinlich alle schon gedacht, dass es was Holländisches ist, aber für 600 will man natürlich kein Risiko eingehen. Okay, damit haben wir auf jeden Fall die Kategorie Fanbrille Internationale durch. Robby hatte zuletzt gewählt, das heißt, das Fragerecht geht an Nils. Wer bin ich für 200? Wer bin ich für 200? Ich spielte bei Fuck You Goethe 3 mit. Ein deutscher Verein legte für mich 7 Millionen Euro auf den Tisch. Ich gehörte zu den teuersten Jugendspielern der Bundesliga. Ich gewann 2020 mit Bayern München das Trippel. Ich wollte mich erstmal nicht gegen Corona impfen lassen. Ja, Joshua Kimmich. Ich war schon die ganze Zeit dabei, weil ich weiß halt, dass da bei Fuck You Goethe 3 irgendwie so drei Bayern-Spieler da irgendwie lang joggen. Ich glaube, Mats Hummels ist auch noch dabei gewesen damals. Aber Mats Hummels hatten wir schon bei der ersten Frage. Deswegen habe ich da lieber safe gespielt. Ist auch absolut richtig. 200 Punkte für Tobias Escher. Ich hätte es nicht gewusst, aber habe ich Fuck You Goethe bestimmt schon 100 Mal gesehen. Den dritten vor allem. Ja, den dritten ist der Beste. Ich kann den jeden Tag gucken eigentlich. Ich wollte vor dem Tipp 2020 Andreas Görlitz sagen, aber da wäre ich ganz weit weg gewesen. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen eine Weile her. Aber ich dachte auch, der kam noch aus Leipzig, ne? Oder wo kam Kimmich her? Nee, der kam aus der Bayern Stuttgart. Stuttgart. Und ist dann an Leipzig ausgeliehen gewesen. Und dann hat er bei Bayern gekauft. Genau. Ich dachte, der wäre teurer gewesen. Krass. 200 Punkte auf das Konto von Tobias Escher. Und das Fragerecht ebenso. Wer bin ich? Beide Fragen habe ich da richtig. Da gehe ich da mal durch. Wer bin ich? Frage 3. Frage 3. Beziehungsweise 300. Ich habe meine gesamte Karriere nur ein Jahr in der ersten Bundesliga gespielt. Mit dem FC 08 Homburg. Mit Kondomitrikot. Ich war 2022 Teil der Bundesversammlung und habe somit den Bundespräsidenten mitgewählt. Okay. Wow. Mein Verein liegt im Süden Deutschlands. Ist das Christian Streich? Ist das der Streich, dein Lieblingstrainer? Also spätestens mit dem nächsten Tipp hättest du es wahrscheinlich gewusst. Ich stehe gern mal im Weg rum. Ja. Okay. Ich trainiere meinen aktuellen Verein seit elf Jahren. Es ist Christian Streich. Sehr gut. War es die Bundesversammlung, oder was hat es dir gesagt? Ja, offensichtlich. Ein Teil der Bundesversammlung. Hat so ein bisschen gerattert. Und der hat ja auch da unten. Dann mit Süddeutschland war es dann endgültig. Okay. Safe. Sehr gut. 300 Punkte auf das Konto von Tobias Escher jetzt mit 500 Punkten. Und du bist weiterhin dran. Ich mache es wie Robby. Ich spiele es jetzt durch. Also wer bin ich? 400. Wer bin ich für 400? Ich startete meine Profikarriere bei Mainz 05. Ich habe in das Cannabis-Startup Sanity Group investiert. So gern waren. Ich war schon mal Teil eines viralen Internetvideos. Ist das André Schürrle? Ich stelle hier die Fragen, Tobi. Es ist André Schürrle. Der war Teil eines viralen Internetvideos von uns Bundesliga. Das ist vollkommen richtig. Es ist André Schürrle. Der interviewt wurde von Sophia nach der WM wohlgemerkt, nachdem er den Pass auf Götze gespielt hat. Und Sophia keine Ahnung hatte, wer er ist und gefragt hat, muss man dich kennen? Und das Video ist natürlich viral gegangen. Die zwei anderen Hinweise wären noch gewesen. Ich beendete mit 29 Jahren überraschend meine Karriere und ich gab die Vorlage für den Siegtreffer bei der WM 2014. Und wieder Tobi abkassiert. Jeder hat hier schon so seine Kategorie gefunden. Mal gucken, ob Nils auch gleich noch eine findet. Dann machst du jetzt die 500? Ja, ja, klar. Wir spielen jetzt durch. Alles klar. Dann, wer bin ich? 500. Und hier der erste Hinweis. Ich bin 1984 in Bünde geboren. Ich trat 2019 mit Kevin Kurani bei Joko und Klaas gegen ProSieben an. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich schaffte meinen Durchbruch bei Borussia Dortmund. Ich schoss die entscheidende Flanke zu Oliver Neuwil beim 1-0 gegen Polen bei der WM 2. Ey, scheiße. Das ist viel zu einfach. Der war es natürlich. David Odonkor. David Odonkor, der schnellste Mann der Welt. Vollkommen richtig. 500 Punkte für Robby. Das wäre auch der letzte Tipp gewesen. Ich bin dafür bekannt, sehr schnell zu sein. Ja, dann nehmen wir doch die Zitate. Das war so ein bisschen. Das war so schön. Okay, Zitate, siehst du? Zitate 200. Zitate 200. Wer hat das hier gesagt? Was meine Frisur betrifft, bin ich Realist. Den kenne ich. Das ist ein super Satz. Es gibt natürlich einige Spieler oder Persönlichkeiten im Fußball, die aufgrund ihrer Haarpracht auch bekannt geworden sind, muss man sagen. Habt ihr eine Ahnung? Nils guckt schon so kritisch. Nee, ich kenne den Spruch auf jeden Fall. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wer ihn gesagt hat. Was meine Frisur betrifft, bin ich Realist. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Niemand. Rudi Völler. Nein, Rudolf, Junge. Der Rudi Völler hat es gesagt. Hat auch einfach eine wunderschöne Haarpracht, muss man einfach sagen. Das ist einfach, auch heute noch. Der hat die Haare schön. Ja, immer noch. Die Kategorie hatte Robby ausgewählt, stimmt's? Mhm. Dann ist Nils jetzt dran mit der Kategorie. Dann, äh, sagen wir einfach mal, ähm, Transfermarkt 200. Transfermarkt für 200. Ist eigentlich mal so eine ganz normale Frage jetzt. Wer war der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte des FC Bayern München? Ah, Mensch. Nils Bohmhoff. Ja, äh, ich hoffe, dass es Hernandez war. Ist das deine Antwort? Ja. Lukas Hernandez ist richtig, 80 Millionen. Ja, top. Bis heute der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Und damit wandern 200 Punkte auf dein Konto. Wird aber auch Zeit. Mhm. Und du bist weiterhin dran. Jetzt haben wir ja meine Kategorie gefunden. Bleib ich natürlich dann dabei. Jawohl. Ich hab's gebrochen, dass die Kategorie ist. Ihr könnt übrigens auch, ihr müsst die nicht nacheinander. Ihr könnt auch direkt mit der 600er fragen, ne? Also ihr müsst die nicht, ich sag's nur. Ja, ja. Das ist eigentlich wurscht. Sieht aber besser aus irgendwie so. Ja, sieht schöner aus. Transfermarkt für 300. Welcher Verein hatte in der Saison 21-22 die zweithöchsten Ausgaben? Jetzt in der ganzen Welt? Nein, in der Bundesliga. Sorry. Hobby, traut sich's zu. Welcher Verein hatte in der Saison 21-22 die zweithöchsten Ausgaben? Zu einfach. Und ich dachte, da ich ein plumper Typ bin, geh ich mit Borussia Dortmund. Du sagst Borussia Dortmund. Aber das ist nicht korrekt. Ah. Das ist nicht Borussia Dortmund. 300 Punkte müssen wir dir abziehen. Tobi und Nils, ihr könntet noch buzzen. Wenn die Frage so gestellt ist, wird's irgendjemand sein, den man nicht erwartet. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also entweder es ist Bayern oder es ist Hertha oder es ist Leipzig. Irgendwie irgendwie in diese Richtung. Ich kann mir auch Hertha vorstellen, weil die ja den Investor hatten mit Vintors, aber... Aber das war ja die Saison davor, ne? Die hatten ja gar kein Geld mehr. Vielleicht sind's auch die Bayern oder man denkt nicht an die Bayern, weil man immer denkt, die gehen am meisten aus und dann sind's am Ende die Bayern so schützt. Die Bayern haben dieses Jahr Manet gekauft. Die müssten wahrscheinlich dann relativ weit vorne sein. Oder die Bayern sind auf zwei hinter Dortmund. Dortmund hat mit Ali Yemi äh, mega viel Geld ausgegeben. Dann haben sie noch Modeste geholt. Das sind 300 jetzt. Aber denk dran, Saison 21, 22, nicht 22, 23. Na, dann Hertha. Hertha Bissi ist falsch. Ah, shit. Oh Gott. Okay, es ist nicht Hertha. Letzte Chance für Nils. Es ist nicht Dortmund. Oh fuck, 21. Ja, das könnten die Bayern sein. Wen haben die denn gekauft in der Saison? Das war ja dann die Saison davor. Ich müsste jetzt, also ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher, wer die zweiten Meistern ist. Vielleicht ist es auch Wolfsburg oder irgendein Shit. Haben die dann Leverkusen gekauft? Ne, ich passe. Ich nehme die Minuspunkte der Kontrahenten mit und verzichte mal. Okay, es ist vielleicht die richtige Entscheidung. Es ist nicht so leicht drauf zu kommen. Es ist tatsächlich der VfL Wolfsburg. Und erster Platz war Rasenballsport Leipzig. Und die Bayern erst auf Platz drei, dann Leverkusen, dann Dortmund. 76,18 Millionen waren die Ausgaben. Bei nur 22 Millionen Einnahmen, also minus 53 Millionen. Hat sich Wolfsburg mal gegönnt. Nils hatte, glaube ich, das Fragerecht. Und dann ... Sekunde, wir haben gerade ... Ah, ich hoffe, ist ja da. Ich bin wieder da. Entschuldigung, ich musste mich kurz einstöpseln. Deswegen habe ich hier einen ... Ja, und du kannst auch gleich weitermachen. Sehr professionell. Du kannst nämlich jetzt die Kategorie wählen. Ja, ich bin nur am überlegen, ob ich jetzt dann die ... Ja, bin ich 600er mache. Ja, mache ich einfach mal, komm. Du machst es. Du traust dich. Also, wer bin ich für 600? Ich trug zu meiner Spielerzeit oft die Rücken Nummer 9 in Anlehnung an Kind Nummer 9 in meiner Familie. Ich bin der einzige Spieler, der in der 1. und 2. Bundesliga jeweils über 100 Tore schoss. Meine Station als Spieler beinhalten den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und FC Bayern München. Oh Gott. Scheiße, Robby. Jetzt muss ich was sagen, ne? Robby, 600 Punkte stehen hier zu verbuchen. Das wird Risiko reichen. Der schöne Bruno. Bruno Labbadia. Oh, oh, oh. Bruno Labbadia. Oh, oh, oh. Ist richtig. Ist richtig. Ah! Der war Risiko. Tobi, wir sehen dich wieder nicht. Ja, geht gleich wieder. Mach einfach weiter. Das ist aber ärgerlich, weil das ist eine ... Ich war auch gerade kurz davor zu drücken. Wow, über 100 Goals in der 2. und 1. Das ist schon echt abgefahren vom schönen Bruno. Keine Ahnung, Miro Klose mal gedacht für eine Sekunde. Er hat nicht so viele Tore in der 2. Liga geschossen. Ja, ich hätte noch als Tipp gehabt, 2015 wurde ich Hamburger des Jahres in der Kategorie Sport. Die Kategorie wurde abgeschafft. Und ich habe die Haare schön. Wäre auch noch ein Tipp gewesen. Und immer den schönsten sandfarbenen Kamelhaarmantel. Ich freue mich sehr auf den Mantel in der Bundesliga in Stuttgart jetzt. Stefan Kunst, die lese ich hier im Chat, aber Stefan Kunst hat, glaube ich, nie beim FC Bayern gespielt. Ja, ich habe auch Kunst gezuckt bei Kunst, aber ich glaube, der hat weniger Zweitiger zu rum. Und bei Bremen hat er, glaube ich, auch nicht gespielt. Aber egal. Okay, Robby geht hier weiter in Führung mit 2.200 Punkten und dem Fragerecht. Tobi, du hörst uns noch, ne? Ich höre ich, ich höre ich. Ich warte nur, dass Nikola mich hier wieder freischaltet. Ach, ich, ja, das musst du mir doch sagen. So, hier. Ja, jetzt kannst du dich wieder einschalten. Nehmen wir doch die Fanbrille International 700. Nein, Zitate 300. Hat es funktioniert? Ich war kurz geschockt. Ich so, fuck, wo ist die Frage? Was hast du gesagt? Die Zitate 400. Zitate 400, okay. Zitate für 400. Wer hat denn das gesagt? Der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes. Christoph Daum. Das weißt du einfach so, oder? Das war dieses berühmte Interview damals, aktuelle Sportstudio, das Gespräch zwischen, da gab es ja dann dieses Gespräch zwischen Daum und Hoeneß und Heynckes. Das war dieser Beef Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja, ist vollkommen richtig, was soll ich sagen. Christoph Daum, 400 Punkte für Tobi. Ganz schön gemein. Trotzdem noch zu weit weg. Robby ist da abmarschiert mit seiner geilen Kategorie. Ja, Nils, du musst jetzt langsam punkten, aber es sind ja noch einige Fragen, also es ist noch alles drin auf jeden Fall, ne? Zwei 600er sich snacken und dann sieht das hier schon wieder ganz anders aus. Ja, ich mach jetzt mal ein bisschen was. Okay, cool. Dir komm. Tobi, du bist dran. Schätzchen 200. Schätzchen 200. Habe ich euch mit der ersten Schätzchenfrage direkt verkrault? Ja, so ein bisschen, ja. Schätzchenfrage 200, das heißt, ihr müsst nicht buzzen, ihr schreibt einfach eure Schätzung auf und ihr könnt auch keine Minuspunkte machen. Wie viele Zuschauer passen in die fünf größten Stadien Deutschlands? Also zusammengerecht. Wenn sie ausverkauft sind in der Bundesliga. Ne, wenn sie leer sind, Tobi. Ne, aber du kennst ja auch Champions League ist ja wieder andere Kapazität als Bundesliga. Schreib jetzt eine Zahl auf. Wie viele, die fünf oder was? Die fünf größten Stadien Deutschlands. Wie viele Zuschauer passen da rein? Bei normaler Bundesliga-Auslastung. Aber also Vereine, die aktuell in der Bundesliga spielen, ne? Ne, es heißt die fünf größten Stadien Deutschlands. Deutschlands, okay. Gut. Also, das ist ein bisschen tricky, die Frage. Eingeloggt. Es geht wirklich um die fünf größten Stadien. Moment. Okay. Also die fünf größten Stadien. Ja, 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 ja. Das könnten vielleicht auch Stadien sein, die ... Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Hau ich nur mal 5000 drauf. Nils, deine Schätzung bitte noch? Ja, warte. Eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir noch mal. Ach, scheiß drauf. Drei im Sinn. Ich hab mich wahrscheinlich jetzt ... Ich fühl mich noch ruck gesetzt. Also, wir haben drei Tipps, die auch sehr eng beieinander sind. Robby sagt 330.000. Tobi sagt 385.001. Und Nils sagt 337.000. Oh. Ich muss kurz ausrechnen. Wer gewonnen hat, das sind drei, vier, drei. Ich muss wirklich ausrechnen. 25.000 entfernt. Der ist ... 23.000 entfernt. Ui. Und der ist ... 32.000 entfernt. Also, die richtige Antwort ist 362.382. Der Signal Iduna Park, die Allianz Arena, das Olympiastadion Berlin, das Olympiastadion München und die Feldhins Arena. Und 362.000 ist richtig. Und das heißt, wenn ich mich nicht verrechnet hab, Tobi ist am nächsten dran. Okay, also ... Das Olympiastadion München hat aber keiner von uns auf dem Zettel, oder? Dass das mitgerechnet wird? Da spielt ja eigentlich aktiv keiner mehr. Ja, 60.000 spielt im Grünbald. Aber ... Aber es ist ein Fußballstadion mal gewesen. Ja, es war mal gewesen. Ja, deshalb hab ich's noch mal gesagt. Hast du das mit eingerechnet? Nee, ne? Tobi, oder? Nee. Ich hatte ja auch die falschen Stadien tatsächlich. Ich hätte noch gedacht ... Es war ganz knapp. Hamburg passen ja auch 65.000 rein, oder? Hamburg nicht auch. Hamburg ist eher 57.000. Ah, okay. 24.000 warst du entfernt, Nils, und Tobi war 23.000 entfernt. Also es war sehr, sehr knapp. Robby ein bisschen weiter weg. Aber die Punkte gehen an Tobi. Können wir noch mal nachrechnen eben? Also, Chat, ihr könnt's gerne noch mal nachrechnen, aber ich glaube ... Ich rechte das nach, aber Schätzchen kommt jetzt mit 300. Da kommt die nächste Frage zum Rechnen. Schätzchen 300. Das ist auch eine schöne Frage. Weiß kein Mensch. Könnt ihr schön raten. Wie viele Vereine gehören zum DFB? Viele. Schätzchen bitte abgeben. Oh, hör auf. Wie viele Vereine kann man auf der offiziellen Seite des DFB nachgucken? Da steht, wie viele gemeldete Spieler, oder wie viele Vereine gehören zum DFB? Was glaubt ihr, auch eine schöne Frage, wie viele Schiedsrichter oder SchiedsrichterInnen? Zwölf. 50.500. Interessante Zahl. 50.500 Schiedsrichter? Warte mal, Moment. Dann muss ich meine Zahl nochmal neu machen. Shit, das war ein guter Tipp, ne? Na gut, ihr habt alle den Tipp. Weiß bei meiner Zahlen von vorhin. Ich mach das jetzt so. Das müsste eigentlich Quatsch sein. Es ist jetzt Ende, ist schon Ende? Es ist jetzt bitte Ende. Aber muss nicht jeder Verein auch einen Schiedsrichter stellen? Wie viele Vereine? Gab's ja nicht mehr sowas? Oder du musst schlafe zahlen. Ihr habt's eingeloggt. Das heißt, es muss mehr Schiedsrichter als Vereine geben, theoretisch. Ja. Das heißt, das hab ich völlig falsch gemacht. Egal. Also, Robby hat eingegeben, 750.000. Nach einer Sekunde, es war eine reine Bauchentscheidung. Das ist schon eine sehr hohe Zahl. Tobi hat gesagt, 49.251. Und Nils sagt, 22.500. Hast wahrscheinlich dann die Schiedsrichter einfach durch zwei gerechnet und irgendwie so ein bisschen runtergegangen. Ist auf jeden Fall die richtige Antwort, denn es sind 24.316 Vereine. Respekt. Robby, ich hab tatsächlich ... Ja, ich hab tatsächlich ... Dein Tipp mit den Schiedsrichtern hat mich nochmal sehr beeinflusst. Ja, aber ich weiß gar nicht. Ich glaub, ein Verein braucht mehr als zwei Schiedsrichter. Ich glaub, wo Mannschaft musst du zwei Schiedsrichter oder sogar so stellen. Nur teilen sich die Mannschaft ... Also, ich weiß nicht, so ist es zumindest im Basketball. Da muss jede Mannschaft mindestens zwei Schiris stellen. Aber manche, also dann die Erste, die Zweite und die Dritte her, die stellen natürlich dann alle die gleichen zwei mehr oder weniger so, dass das ... Aber die Rechnung aus irgendeinem Grund hat sie halt trotzdem hingehauen. 24.316 Vereine, 750.000 Vereine, das wär schon ein bisschen viel, Robby. Ich wollte dir nur sagen, dann kannst du ja nochmal drüber nachdenken, ob das so gut war, was du da gerade antworten kannst. So, die Punkte gehen an Nils. Ist das die große ... Ist das das Comeback, Nils? Was nimmst du für eine Frage? Ja, das ist natürlich das Comeback. Das ist ganz klar. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Augen auf 300. Augen auf 300. Augen auf ... 300. Was ... ist ... Oder wer oder was ist hier zu sehen? Die alte Försterei zu Berlin-Köpenick. Ah, das ist ... Ich war doch gedrückt. Wieso bist du dann dran? Ja, aber wir suchen was anderes. Wir suchen nicht die Arena. Dann ist es natürlich das Maskottchen. Der kann doch nicht zweimal antworten. Und das Maskottchen darf ich noch antworten? Ja, das ist jetzt so eine Grauzone. Also, was machen wir da? Also, ich finde, es ist okay, wenn er nochmal antwortet, weil es ist beides zu sehen. Es ist die alte Försterei zu sehen und es ist ein Maskottchen. Natürlich, das Maskottchen ist im Vordergrund, aber er hat sie erkannt und er weiß auch, wie das Maskottchen heißt. Deswegen, also von meiner Seite aus ... Weißt du, wie das heißt? Nee, weiß er nicht. Ich bin mir plötzlich nicht sicher. Ich weiß, dass es ein Ritter ist. Ja, Ritter-Keul heißt es. Ritter-Keul, ja. Ritter-Keul, das Maskottchen von Union Berlin. Ich gebe dir die Punkte, weil das Stadion ist ja auch zu sehen und du hast auch ... Es ist ja klar, dass du dann auch das Maskottchen erkennst, wenn du das Stadion erkennst. Also, insofern, glaube ich, ist das okay. Ritter-Keule. Ach so, nicht Ritter-Keul. Hier fehlt bei mir in den Aufzeichnungen. Nee, Ritter-Keule. Aber ich kann jetzt hier nicht buzzern gerade. Ich will dir immer hier anmerken. Nils, du bist so weich geworden, dass du jetzt hier dem Robby die Punkte schenkst. Der ist uns schon vorausgeheilt. Wir hätten hier eigentlich protestieren müssen, bis hier das Blut aus dem Stream tropft. Weißt du, ich protestiere immer, wenn es wirklich auch was zu protestieren gibt. Aber wenn ich halt der Meinung bin, dass es fair und ehrlich ist, dann kriegt er natürlich die Punkte. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Nimm es nicht persönlich, Robby, aber du bist jetzt hier gerade der FC Bayern in dieses Quiz. Ja. Die eine Hälfte liebt dich, die andere Hälfte hasst dich. Und ich bin die andere Hälfte. Aber es gibt noch weit über 5000 Punkte zu verteilen. Es ist immer noch alles offen, aber Fragerecht liegt bei Robby. Dann nehmen wir doch Augen auf 400. Augen auf 400. So, wer oder was ist denn bitte schön hier zu sehen? Ja. Ah, verdammt. Robby? Diego, Armando, Maradona? Diego, Maradona, wir gucken mal auf die Auflösung. Können wir das ganz auflösen hier. Da ist der Diego Maradona. Richtig, Robby. Und damit 400 Punkte auf dein Konto. Junge, 2500 Punkte schon. Würde ich sagen, gehen wir in der Kategorie Augen auf, doch mal weiter auf 500. Okay. Augen auf. Und diese Geschwindigkeit. 500. Es gibt so Altersimulationsanzüge. Kennt ihr die? Altersimulationsanzüge. Ja, mit so Gewichten und so, dass man ... Ach so, ja. Hatte ich schon mal an tatsächlich. Ich finde, sowas sollte dann bei so einem Quiz auch irgendwie dementsprechend verteilt werden. Damit es die Hand nicht mehr so schnell klicken kann. Okay. So weit seid ihr auch wieder nicht auseinander übrigens. Aber gut. Augen auf 500. Wen oder was oder wer oder was ist das? Bitte schön. Eine Kuh. Robby. Als dürfte im Kölner Stadtwald das Rhein-Energie-Dich-Stadion, das ehemalige Müngersdorfer-Stadion sein. Robby Hunke, meine Damen und Herren. Das Rhein-Energie-Stadion im Stadtwald von Köln. Absolut richtig. 500 Punkte. Da muss man Respekt zollen. Da kann man leider nicht anders als Respekt zollen. Das ist dieser vieregige Kasten mit den vier Nöppeln da dran. Mit den Dörmschen. Mit den Dörmschen. Sehr gut. Wart ihr alle schon mal da im Stadion? Ja. Fantastische Atmosphäre da immer. Bis das Spiel losgeht. Bis das Spiel losgeht, genau. Dann nehmen wir doch Augen auf 600. Augen auf für 600. Wen oder was sehen wir hier? Nils Bohmhoff. Das ist Timo Werner. Sagt, er sieht dort Timo Werner. Ich muss selber mal gucken. Also sie sind auf jeden Fall eine rote Hose. Da am Arm auch noch so ein bisschen rot. Könnte ein Spieler sein von Leipzig. In seiner Leipziger Zeit. Die ja jetzt auch wieder aktuell ist. Es ist vollkommen richtig. Es ist Timo Werner. 600 Punkte für Nils Bohmhoff. Stark. Timo Werner. Da sieht man ihn nochmal verpixelt in voller Pracht. Timo Werner für 600. Das heißt, die Kategorie haben wir auch schon durch. Und das Fragerecht ist bei Nils. Ja. Dann machen wir mal diesen hässlichen Balken weg und gehen Zitate 300. Ja, das stört mich nämlich auch schon die ganze Zeit. 300. Zitate für 300. Wer hat das gesagt? Warnen kannst du immer. Du kannst ja sagen, pass auf, dass du nicht die Treppe runterfällst. Und wenn dann irgendwann einer die Treppe runterfällt, kannst du sagen, ich hab's ja gesagt. Das ist Christian Streich, oder? Woher willst du das wissen? Soll ich jetzt die ganz brutal ehrliche Antwort sagen? Ja. Weil's schon mal eingeblendet war vorhin. Falschlicherweise. Oh. Mit der Lösung? Mit der Lösung, ja. Ernsthaft? Jetzt bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich hätte mir die Punkte jetzt abstauben können, aber das war mit der Lösung eingeblendet tatsächlich. Och nee. Ernsthaft? Hab ich nicht gesehen. Hat keiner gesehen. Ich hab's auch gesehen. Hätt ich die Punkte, die ich mir einfach holen können. Hättest du's denn ohne gewusst? Ich glaub schon, ja. Tatsächlich. Das ist ja ein relativ junges Zitat auch, ja. Was machen wir jetzt? Das ist ja blöd, den Tobi bestrafen. Für Ehrlichkeit ist das auch scheiße. Ich bin da dran, ich kriege die Punkte. Nein, was ich will. Wie gesagt, wir machen's heute zum ersten Mal, Nikolat, bis heute Nacht noch hier am Quiz rumprogrammiert. Alles gut ist ja auch passiert, ist ja gar nicht schlimm. Super, dass du's gesagt hast, aber du kriegst die Punkte, ich glaub dir auch, dass du's gewusst hättest. Glaub ich auch. Aber, äh, es ist halt, äh, das erste Mal heute ist alles noch Prototyp für uns mit dem Quiz-Tool, deshalb ... Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich wollte nur das ehrlich sagen, weil ich glaub, das ist ja ... Faire Geste, 300 Punkte, super nett, dass du's gesagt hast. Und deshalb darfst du auch das Fragerecht behalten. Aber ich nehm trotzdem jetzt Schätzchen 400. Schätzchen für ... Auch wenn man sagen muss, dass diese Kategorie bisher keine guten Fragen ausgespuckt hat. Das war wirklich, das ist wirklich Schätzfrage. Also ihr habt euch da wirklich Mühe gegeben, Fragen, die man wirklich nur schätzen kann zu nehmen. Deshalb die Kategorie, genau. Ähm, wie viele, also Schätzchen für 400, hier kommt die Frage, wie viele Einsätze hatte der Rekordspieler Karl-Heinz Charlie Körbel in der Bundesliga? Das ist meine Eintracht-Frage. Das ist die Eintracht-Frage? Das ist die Eintracht-Frage. Weil Eintracht, ich würde mal behaupten, dass jeder Eintracht-Fan das weiß. Oder zumindest sehr nah dran kommt. Ich weiß, wie viel Tore Gerd Müller geschossen hat. Hilft mir das weiter? Nicht wirklich. So, alles mal eingeben. Und ich sehe schon, ihr seid auch schon fertig. Dann lese ich mal vor, was ihr habt. Robby sagt 500. Tobi sagt 674. Und Nils sagt 602. Und die richtige Antwort ist natürlich 602. Nils Bohmhoff, meine Damen und Herren. Auf das Spiel genau. Ich bin stolz auf dich. Stark, Nils. Ach, traut. 602. Warum weißt du das? Schon so oft gelesen, gehört irgendwie. Ja, ich meine, es gibt so ein paar Superlative der Bundesliga. 40 Tore Gerd Müller in einer Saison. 602 und so. Das sind also diese Rekordzahlen. Die hat man natürlich schon häufiger gehört, auf jeden Fall. Ja. Vollkommen richtig. Charlie Kerbel mit 602 Spielen. Und das Fragerecht geht zu Nils. Dann, ähm, Transfermarkt 400. Transfermarkt 400. Das ist eine Frage, die die Saison 22-23, also die aktuelle Saison betrifft. Zu welchem Verein wechselte Amine Harit vom FC Schalke 04 in der Saison 22-23? Ich muss jetzt ein bisschen Risiko gehen. Ich meine, es ist Olympique Marseille, aber ich bin mir nicht sicher. Ist es Olympique Marseille? Fünf Millionen hat der Verein gezahlt für Harit. Und es ist Olympique Marseille. Tatsächlich, nicht schlecht. Sehr gut. Der war da ewig ausgeliehen, aber die haben ihn nie gekauft, meine ich. Deswegen habe ich es geraten müssen. Gut geraten. 400 Punkte für dich. 1900. Sind noch Punkte zu vergeben? 2300 Punkte sind noch zu vergeben. Das heißt, es kann noch jeder gewinnen. Ich muss aber jetzt so ordentlich Punkte machen. Zitate 500. Zitate für 500. Moment, ich suche die Frage raus. Mein Drucker war kaputt. Wo habe ich es denn hier? Wer hat das gesagt? Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Christian Streich war es nicht. Ich habe so einen Verdacht, aber ich traue mich nicht. Das hat man auch schon immer mal gehört. Keine Ambitionen bei Tobi und Robby. Nils durchforstet die Gehirnkammern. Sortiert. Aber ich muss jetzt langsam. Ja, ich traue mich nicht. Es ist zu viel Geld. Aber ich gehe die ganze Riege an diesen alten, harten Trainern. So aus den 90ern, 80ern durch. Irgendwie diese Schleifertypen. Aber ich traue mich nicht, davon einzunehmen. Das ist schwierig jetzt bei der Punktzahl. Aber man muss natürlich irgendwann was wagen, wenn man noch gewinnen will. Ja, aber es ist 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. Es ist Werner Lorand. Das ist lustig geschrieben. Laurent. Werner Lorand. Werner Lorand. Der kanzeische Bruder. Ja. Ja, es gibt so ein paar Kandidaten. Auch so meinst du, Felix Magert hätte man sowas zugetraut. Aber sind wir ehrlich, das könnte von jedem Bundesliga-Trainer der 90er sein, dieses Zitat. Ja, 80er, 90er, ja. Okay, dann, warte, wer hatte die Kategorie ausgewählt? Tobi? Dann ist Robby dran mit der Kategorie Auswahl. Komm, dann bleiben wir doch bei den Zitaten mit 600. Zitate für 600. Wer hat das gesagt? Wir waren alle vorher überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen. So war auch das Auftreten meiner Mannschaft. Zumindest in den ersten zweieinhalb Minuten. Das kenne ich aber. Wir waren alle vorher überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen. So war auch das Auftreten meiner Mannschaft. Zumindest in den ersten zweieinhalb Minuten. Ich sag's ehrlich, ich hätt's nicht gewusst. Nee, keine Chance. Auch wenn ich das, glaub ich, schon mal irgendwo gelesen, und es gibt mal, früher hat man immer so diese Fußballzitate, Webseiten hab ich mir immer angeguckt, mit den lustigsten Zitaten. Mailand oder Madrid und so kennt man alles. Aber das hab ich schon mal irgendwo gehört, aber ich hätt's nicht mehr zuordnen können. Ich werd nicht buzzern. Da ist es... Ich mach jetzt hier auch komplett Atletico, ne? Ich stell mich hinten rein. Zur Eckfahrung. Mit dem Ball zur Eckfahrung. Danach hab ich noch eine Fachfrage zum Popskinex. Ich würde Otto Rehagel oder irgend so was sagen, aber ich trau mich nicht. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Es ist Peter Neurohrer. Peter. Peter Neurohrer. Ah, Peter. Peter-Zitate, die... Kann man sich vorstellen, dass er das sagt. Ja. Etienne, darf ich eine Fachfrage zu Popskinex einstreuen? Ich bin der Experte, was möchtest du wissen? Seh ich da hinten, das würde wirklich alles in meinem Leben ändern, wirklich wahr. Ist das daneben, ist das Popskinex Cherry? Ne, das ist Popskinex Eintracht. Ach so. Wir sind ja offizieller Sponsor von der Eintracht und haben die mir so eine Eintracht-Pepsi-Max-Dose. Aber gibt es Pepsi Max auch oder künftig Zero, wie ich gelernt habe, auch in der Kirsch-Version? Das weiß ich nicht. Das würde mein Leben ändern. Magst du Kirschkohle? Ja. Unglaublich gerne. Mir wurde davon immer schlecht Cherry Coke früher und so. Nee. Nee? Nee. Ich werde morgen nachschauen. Ich finde, manche Sachen sollte man nicht miteinander mixen. Ich habe gerade Kirsch... Also Pepsi Max Cherry gibt es schon, ja. Pepsi Max Cherry gibt es, höre ich gerade. Okay, wusste ich nicht. Aber das ist nicht Cherry. Das ist normal. Guck mal, meine Augen ohne Brille dachten, Cherry ist Eintracht Frankfurt. Oder umgekehrt. Wonach schmeckt Eintracht Frankfurt, Etienne? Nach... Nach Schweiß und Rache. Nach Erfolg. Wow. Okay. Wir machen weiter, bevor Nils einschläft. Guckt schon, können wir bitte weitermachen. Wer ist denn dran? Du hattest... Keiner hat geantwortet, Robby hat ausgewählt. Dann ist Nils dran mit der Frage. Mit der Kategorie. Oh, das ist jetzt schwer. Ich nehme Transfermarkt 500. Transfermarkt 500. Wo ist es? Wo ist es? Hier. Transfermarkt 500 ist eine Schätzfrage. Ach, hör auf. 500. Ah, ist ja eine Schätzfrage für 500. Also, zückt die Stifte. Diyadi Samaseku. Das ist der teuerste Neuzugang der TSG Hoffenheim. In der Vereinsgeschichte der TSG Hoffenheim. Wie viel zahlte die TSG für ihn? Du verrätst uns nicht, an wen sie Dings gezahlt haben, oder? Vielleicht gleich. Wenn ich es gegoogelt habe. Den fand ich immer ganz gut. Ist momentan übrigens ausgeliehen an Olympiakos PS. Die haben relativ viel Kohle damals bekommen für Verminung. Sie haben ihn aus, von Red Bull Salzburg haben sie ihn gekauft. Dass es auch 500 Punkte für eine Schätzfrage gibt. Das ist natürlich auch jetzt hier nochmal ein extra Spannungspunkt. Teuerster Transfer der TSG Hoffenheim. Und es geht hier um 500 wertvolle Punkte. Habt ihr alle eingegeben? Jawohl. Tobi, Nils auch? Fertig? Jojo. Gut. Dann locken wir ein. Und ich gucke mal. Robby sagt 17 Millionen. Scheiße. Tobi sagt 16,5 Millionen. Und Nils sagt 18,23. 1,1 Millionen. Da muss ich jetzt glauben, dass er billig war. Der arme Robby ist ja direkt im Sandwich zwischen uns. Die richtige Antwort ist 14 Millionen. Und damit geht die Punkte an Tobi. Das ist das Comeback. Das ist der Start des Comebacks. Sind da Prämien schon eingerechnet? Da ist alles mit eingerechnet. Aber denkt man immer so bei der TSG, denkt man immer so, die haben ja bestimmt schon mal irgendwas, 40 Millionen oder so. 14 Millionen ist eigentlich noch relativ moderat für einen Verein, der so einen potenten Förderer hat. 14 Millionen und wird jetzt spielt jetzt in der griechischen Liga. Jetzt muss ich ja alle richtig beantworten, wenn ich noch gewinnen will. Zwei Schätzfragen sind noch mindestens dabei. Das ist ja fast unmöglich. Aber es werden auf jeden Fall noch Punkte vergeben. Das wäre ein spektakuläres Comeback, wenn du jetzt alle drei beantwortest. Ja, dann mache ich das. Dann hättest du genau mit 100. Ja, mach doch mal jetzt. Aber ich mache trotzdem Transfermarkt 600. Du machst Transfermarkt 600. 600. Und das ist auch eine sehr schöne Frage. Okay. Eine Schätzfrage. Ertter? Ja. Was? Ich liebe Schätzfragen. Wir haben nur noch Schätzfragen da drin. Geil. Im Sommer 1997 wechselte Anthony Yeboah von Leeds United zum HSV. Wie viel zahlte der HSV für die Dienste von Yeboah? In D-Mark oder in Euro? Das kann man ja umrechnen. Ja, das muss ich trotzdem wissen. Naja, also ich habe jetzt hier die Lösung in Euro, aber ich kann auch durch zwei rechnen. Wenn ihr es in dem ... Also ihr müsst halt die Währung dazuschreiben. Schreibt es in Euro. Nils, das ist jetzt voll der Betrug, weil Nils hat da den Vorteil als alter Fan von Leeds United. Ich weiß, es ist ... Wie viel haben denn damals Transfers gekostet? Nicht so die Welt. War das noch vor Bosman? Wann war Bosman? 95 war Bosman, ne? Nee, der war früher noch. Noch früher? Nee, das war irgendwann Mitte der 90er. Ja, also vor 97 auf jeden Fall. Naja, mein ich ja. 95, glaube ich, war das. Aber ich weiß auch nicht mehr genau. Also, Schätzfrage. Wer ist am nächsten an der Summe dran? Bitte in Euro. Ich habe jetzt einen D-Mark. Gut, ich rechne dann mal zwei. Habt ihr alle was eingetragen? Yes. Nee, Moment. Bei D-Mark muss ich ja dann durch zwei rechnen. Ja, und dann wieder mal zwei wegen Inflation. Also. Nils hat als einziger D-Mark übrigens eingegeben. Ja. Robby sagt 5 Millionen Euro. Also 10 Millionen D-Mark meine ich. Tobi sagt 3,5 Millionen Euro. Also 10 Millionen D-Mark. Nils sagt 6 Millionen D-Mark. Also 3 Millionen Euro. Shit. Und die richtige Zahl ist 2,15 Millionen Euro. Und damit an Nils. Stark, Anils. Anthony Gebohr für 2 Millionen Euro. Nicht schlecht. 2,15 Millionen Euro sind 4,2 Millionen Euro. 4,3 Millionen sind nach Inflationbereinigung sind wir schon bei 6 Millionen Mark. Also es passt schon. Es passt. Und es bleibt weiterhin spannend. Denn noch kann hier jeder gewinnen. Tatsächlich. Robby braucht nur eine Frage, glaube ich. Beantwortet habe ich es. Dann hat er gewonnen. Tobi und Nils. Weil ich mich schon seit der 80. Hinten rein stelle. Ja. Vielleicht zu defensiv. 3,5 Tausend Punkte. Zu defensiv gespielt vielleicht einfach. Ja. Aber jetzt, dass es jetzt auch auf diese Schätzfragen ankommt. Das macht es ja nochmal. Das macht den Nähmchenkitzel nochmal größer. Nils. Mhm. Welche Kategorie nimmst du? 500. 500. Schätzchen. 500. Jeremiah Saint-Just hält den Geschwindigkeitsrekord in der Bundesliga. Wie schnell war er? Hätte ich zum Beispiel jetzt auch niemals getippt, dass ausgerechnet Jeremiah Saint-Just, der schnell den Rekord hält. Ich habe das irgendwo mal gelesen, auch in einem Spiel gesagt, aber dachte, okay, jetzt droppst du mal nicht so viele Zahlen und habe mir die Zahlen nicht mehr durchgelesen. Hätte ich es mal getan. In KMH? Mhm. Komplett random, was ich jetzt hier raushaue. In der aktuellen Saison übrigens hält den Rekord Musa Diaby. Hallo, was eingetragen? Jo, jo. Okay. Jetzt muss ich rechnen. Also, Robby. Das ist total falsch, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich bin der Mensch. Robby sagt 20 Kilometer pro Stunde. Tobi sagt 36,1 Kilometer. Und Nils sagt 37,5 Kilometer. Und die richtige Antwort ist 36,63 Kilometer. Und das ist Tobi. Stark. Das ist echt stark. Und aktueller Rekord in der diesjährigen Saison, wie gesagt, Musa Diaby mit 36,52. Und übrigens alle anderen. N'Gumu von Gladbach 36,17. Alphonso Davis mit 36. Jeremy von Pong 36. Geraldo Becker auch alle 36. Also die magische Marke, die Nils da genannt hat, von 37, wurde noch nicht gebrochen. In der Bundesliga nicht, ne? In der Bundesliga, ja. Damit 2.900 Punkte. Nils verabschiedet sich zumindest aus dem Titelrennen. Kann hier noch den zweiten Platz allerdings holen. Und jetzt wird's wirklich spannend. Denn wirklich mit der letzten Frage entscheidet sich hier, wer der ultimative Quiz-Champion ist. Ist es Tobi Escher, die Doppel-Sechs? Oder Robby, der Jungspund? Falsche 9. Falsche 9, Hunkel. Tobi ist wieder muted. Tobi ist wieder muted, warum auch immer. Aber ist das, also weil ich M geschrieben hab. Ist das, wenn das jetzt ein Hollywood-Autor schreiben würde, dieses Finale, das würden wir doch alles zu kitschig abtun, oder? Ja. Da würde man sagen, das ist rigged. Das ist alles hier rigged. Aber es ist alles so gekommen, was einfach ein fantastisches Fußball-Quest ist. Was nimmst du für eine Frage? Ich nehme, wer bin ich 100? Wer bin ich 100? Okay. Also, Schätzchen 600. Fred Schulz ist bis heute der älteste Bundesliga-Trainer. Wie alt war er bei seinem letzten Spiel? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ich auch nicht. Hat noch nie von dem Mann gehört. Ich habe mehrfach gehört about this guy. Kennst du ihn doch wirklich, Nils? Er hat auch bei den Fred Devils gespielt. Fred Devils. In Jahre und Tage, okay. Fred Schulz klingt wie so ausgedacht. Wie so ein ausgedachter Name. Ja. Fred Schulz. Ich habe so gar keine Ahnung. Es ist jetzt so reingeraten. Ja. Same here. Du bist übrigens 1990 gestorben. Im Alter von 87. Jetzt soll man nicht mehr ändern hier eure ... Ne, ich lasse es. Ach so, stimmt. Ich sollte aufhören, irgendwelche Sachen zu sagen. Wenn die Fragen noch offen sind. Ich will immer so ein bisschen Facts geben. Aber merke, dass ich damit natürlich das Ergebnis beeinflusse. Okay, also. Wobei ich es jetzt eigentlich hätte ändern müssen, aber egal. Robby sagt. 71 Jahre und 32 Tage. Watsch, kennst du Fred Schulz nicht, oder was? Tobi sagt. Tobi sagt 77 Jahre und 61 Tage. Muss älter gewesen sein. Und Nils sagt 78 Jahre und 21 Tage. Ey, du hast mich zweimal, musst du ja die nachrechnen, ne? Ja, aber du hast jetzt hier so einen richtigen Geier-Move gemacht und mich hier weggelegt. Du denkst, ich habe ja gar keine Chance, jetzt mehr zu gewinnen. Ich rechne ... Moment, lass mich mal gerade ausrechnen. Das weißt du doch gar nicht. Nämlich ... Also. Wenn das unter ... Also, wenn das niedriger ist als bei dir ... Wie viel hat er, Robby? Es ist genau zwischen Tobi und Robby. Ich muss tatsächlich auf die Tage ausrechnen. Es ist nämlich 74 Jahre und 184 Tage. Es ist ein Herzschlag-Finale. Oh Gott, das ist spannend. Was hattest du gehabt? Und ich kann es gerade im Kopf nicht ausrechnen. Ich weiß ... Wo bist du, Robby? Robby sagt 71 Jahre und 32 Tage. Und du sagst 77 Jahre und 61 Tage. Also 83 und 152 bist du daneben. Was? Und ich bin irgendwas mit ... Kann das jemand ausrechnen? Robby ist von 3 und 152 daneben, oder? Da hat man es doch. Na. Und ich bin ... Nur was er getippt. Ich habe es auch nicht ausgerechnet. Ich bin beim Rechnen ausrechnen. Ich bin beim Rechnen ausrechnen. Ich bin beim Rechnen ausrechnen. Ich komme in unter drei Jahre daneben. Also bei Nils bekomme ich 3,9 raus. Bei Tobi 3,6 ungefähr und ... 3,6? Bei Robby 2, ... Oder habe ich verrechnet? Warte mal. Was? 2 Kommas kann ja gar nicht sein. Das muss ja bei beiden die 3 auf jeden ... Nee, 3 Kommas setzen. Ach nee, das muss nicht die 3 sein. Wegen den dummen Tagen. Bei zwei Jahren ein paar zerquetschte. Hei, hei, hei. Ist das spannend. Der wahr überprüft das Ganze gerade. Wir warten auf die offizielle Verkündung vom VAR. Was sagt der Chat? Tobi hat gewonnen. Tobi sagt ... Chat sagt, Tobi hat gewonnen. Okay. Winner ist La La Land. Gute Anspielung auf die Oscar-Verleihung. Okay, ich glaube es einfach mal, dass der Chat das ausgerechnet hat. Aber es ist wirklich ultra knapp. Knapper geht es ja gar nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch. Tobias Escher gewinnt hier nochmal 600 Punkte. Damit 3.500 Punkte insgesamt. Robby, 3.400 Punkte. Allerdings muss man sagen, auch schon seit einer halben Stunde. Ja, da bin ich über eine defensive Art und Weise am Ende abgestraft worden. Ja. Und Nils, 2.400 Punkte. Da gehen einem jetzt nochmal die ganzen Buzzer durch den Kopf, wo man knapp eine hundertste Sekunde langsamer war. Dann hätte das ja auch noch anders ausgehen können. Und ja, damit küren wir den ersten Gewinner des großen Pepsi Max-Fußball-Quiz. Tobias Escher. Hier ist dein Pokal. Wir haben einfach nichts. Wir haben nicht mal eine Fanfare. Haben wir irgendeinen Jingle auch noch. Wir können mal einen Buzzer, wenn ihr wollt. Mach mal einen Buzzer, ja. Ich hoffe, Platz 2 bekommt eine Pepsi Max Cherry. Du kriegst eine Pepsi Max Cherry, dafür sorge ich. Ja, das war es auch schon. Hat es euch Spaß gemacht, Leute? Ja, Mann. Bisschen wenig Schätzfragen, finde ich. Ja, nächstes Mal mehr Schätzfragen, meinst du? Nächstes Mal ein bisschen mehr Schätzfragen noch. Haben wir aber auch so gemacht, dass wir uns die aufgehoben haben. Ja, auf jeden Fall. Ne, waren aber sehr schöne Fragen tatsächlich. Ja, es ist natürlich, ich wusste natürlich, dass ihr alle vom Fach seid. Es ist dann nicht so einfach, immer was zu finden. Man muss dann aufpassen, dass man nicht zu sehr in einem Fachgebiet wildert, wo dann sich jemand sehr gut auskennt. Ich habe versucht, es so fertig wie möglich zu machen. Es waren jetzt auch nicht solche Fragen wie, wer hat im DFB-Pokal-Finale 1978 das zweite Tor erzielt? So was. Weißt du, wo du dann sitzt und denkst, ja gut. Das waren halt wirklich alles Fragen, wo du denkst, das kannst du eigentlich wissen als Fußballer. Ja, es waren schon viele Fragen, merke ich jetzt gerade so, wo man vielleicht zu viel raten oder mehr raten als wissen war dabei. Auch bei den Zitaten sehr schwer. Hätte ich gedacht, dass ihr da mehr Punkte holt. Aber, ja, sind auf jeden Fall Erfahrungswerte. Aber auch die Fanbrille international war natürlich von Robby sensationell abgeräumt, muss man sagen. Ja. Und ich hoffe ja, dass der Video-Assistent-Referee im Hintergrund immer noch rechnet und sich gleich meldet. Gleich nochmal meldet. Da war noch der, Tobi war im Abseits. Ja. Ja, nee, aber mir hat es auf jeden Fall auch riesen Spaß gemacht. Kleines Fußball-Quiz. Ich bin ja eh ein Quiz-Fan und deshalb freut es mich immer, wenn ich, ich kann selber nichts beantworten davon, aber ich kann hier so tun, als ob ich voll die Ahnung hätte. Das ist der beste Job. Vielen Dank fürs Mitmachen, lieber Robby. Auch du hast übrigens, kannst auch nochmal Werbung machen für dein Buch. Du hast ein Kinderbuch geschrieben. Oh ja, mein Kinderbuch. Ein Herzensprojekt, eine Hommage an meiner Tochter Team Alva. Fußball ist für alle da. Ein Fußball-Kinderbuch. Ganz, ganz tolles Buch. Habe ich auch schon hier. Hast du mir ein Exemplar geschickt. Wirklich ganz, ganz süß. Ganz, ganz tolles Buch. Wo sehen wir dich als nächstes? Oder wo hören wir dich als nächstes? Oh, jetzt ist es schon Pause. Und dann geht ja zum Glück im Februar die Champions League wieder los. Und dann werde ich dort hoffentlich, ich hoffe bei der SGE sein, bei der Umrechten. Und hoffentlich schön lange auch. Yes. Das Ganze. Tobi, willst du noch irgendwie Werbung machen für irgendwas? Eins deiner vier Bücher. Nö, am 23. Januar geht Bundesliga wieder weiter. Da kann man kurz Werbung für machen. Da kann man für Werbung machen. Endlich. Ach so. Da ist dann auch schon der erste Spieltag. Ach so. Und Robby, da wolltest du ja auch mal vorbeikommen, ne? Da wollte ich auch mal vorbeikommen. Am 23. Januar geht auch meine kleine, aber feine Twitch-Show los. Auf, die nennt sich Bearded Ballers, aus meinem Wohnzimmer, eine kleine Fußballshow, Late-Night-Format mit Flimmy an den Turntables. Und wir sprechen viel über Bundesliga und es werden verschiedene Menschen, zum Beispiel Fabi Kloos, da sein. Also schaut rein. Und wo? Ich mache euch keine Konkurrenz. Wie heißt der Channel? Der Channel heißt wie ich, der wird wie ich heißen und die Show heißt Bearded Ballers, weil sowohl der DJ Flimmy als auch ich einen Bart haben. Fabi Kloos kommt, Anton Stach kommt, Gamerbrother kommt und es wird wild und wir trinken auch Bier. Das ist schön. Das hat mich, also das war das Entscheidende, was ich gerade liebe. Fußballer, egal, Hauptsache. Nils, Brumhoff, was machen wir jetzt? Wir spielen jetzt Pro-Clubs. Die Yoga Bonitos, Eschers Erben übrigens in Reminiscence an dich, Tobi. Die warten schon. Unser Team ist vollständig 11 gegen 11, jetzt Pro-Clubs. Richtig geil, habe ich mega Bock drauf. Vielen Dank, dass du auch mitgemacht hast, Nils. Gerne, gerne, gerne. Immer wieder. Und dann sage ich, ciao Tobi, ciao Robby. Rückwunsch, Tobi. Ich habe sie dir geschickt, du hast sie nicht gelesen. Du hast eine kleine Krone gefunden, ich hoffe, die reicht auch. Die Krone ist wunderschön. Da ist eine schöne kleine Krone für Tobi. Vielen Dank fürs Mitmachen, Leute. Danke, Robby. Danke, Tobi. Nils, wir sehen uns gleich wieder im Discord. Und ja, das war das Fußball-Quiz. Kann ich hier ins Vollbild gehen? Ciao. Tschüss. Ciao, ihr Lieben, Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Das war das Fußball-Quiz. Und an der Stelle möchte ich noch mal Danke sagen. Guck mal, ich mache jetzt mal hier das Pepsi-Talk-Folge. Kann ich das nicht machen? So. Ist zwar im Herzen von Eder, aber egal. Ja, vielen Dank noch mal an den Sponsor, an Pepsi Max. Wie gesagt, ab Januar heißen die nicht mehr Pepsi Max, sondern Pepsi Zero Zucker. Vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Und wenn es euch gefallen hat, vielleicht machen wir das ja mal wieder. Vielleicht hat Pepsi da noch mal Bock drauf. Vielleicht habt ihr da noch mal Bock drauf. Und ja, mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, schon bei der Recherche der Fragen. Und danke auch an Miriam und Nikola an der Stelle, an die Redaktion, die sich da auch im Hintergrund abgearbeitet haben und auch das Quiz-Ding gemacht haben. Ganz, ganz toll. Ich freue mich mega, dass das so reibungslos geklappt hat. Ich glaube, Nikola, du hast heute noch bis heute Nacht irgendwie da dran rumprogrammiert. Ja, na ja. Ja, ich weiß, du fackst dich jetzt ab, weil irgendwelche Sachen nicht geklappt haben. Das ist immer so. Aber das war schon okay. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Pepsi. Vielen Dank an alle, die zugesehen haben. Vielen Dank.